hallo an die welt da draußen mein name ist martin von grenzenlos wir oder ich stellvertretend für die band grenzenlos haben uns heute überlegt euch ein kleines video zu machen oder ein statement zu senden ganz kurz es geht um ein thema was momentan alle musiker betrifft auch alle branchen es ist in jedem leben im endeffekt ja momentan verankert das thema corona ich möchte hier aber auch gar nicht irgendwie groß über covid 19 debattieren diskutieren um das geht es überhaupt nicht es geht einfach nur darum dass wir als musiker vor allem natürlich dort mit dem thema uns auseinandersetzen müssen denn wir können keine live konzerte mehr spielen und das ist fakt ja es ist für viele musiker existenzbedrohend es ist für viele musiker auch nicht existenzbedrohend aber es tut trotzdem weh ja und jeder will sich irgendwo präsentieren und möchte vorankommen und im endeffekt denkst du oder überlegst du dir als band oder als künstler natürlich schon was kann ich tun was kann ich machen für die fans da draußen das haben wir am anfang dieser krise gesehen dass viele auch wir einen kleinen maßstab dazu übergegangen sind zu sagen okay man macht mal ein zweimal akustik set oder man macht so ein einfaches setup mit einfachen webcams und ganz normalen mikrofonen ja und das ist auch alles gut und recht und vor allem am anfang war es ja auch so dass wir keine vorbereitungszeit hatten darauf konnte sich keiner einstellen ja aber was natürlich auch fakt ist die krise muss von den musikern so genommen werden wie sie wie sie wie sie kam und keiner weiß wie lang es noch dauert ja und im endeffekt im endeffekt muss sich jeder überlegen was er macht den musikern fallen irgendwo einnahmen weg das ist fakt ja und deswegen möchte ich heute eben auf das thema eingehen online streaming konzerte es ist so es gibt andere bands die jetzt das gemacht haben mehr oder weniger professionell es gibt welche die haben dafür geld verlangt es gibt bands die verlangen dafür kein geld ist ganz unterschiedlich international gesehen gibt es auch viele die im dafür tickets verkaufen kurz zu diesem thema möchten wir einfach ein statement abgeben wenn es geht um dass wir auch also wir als grenzenlos haben uns dorthin gehend auch weiterentwickeln und arbeiten mit sehr professionellen netten super tollen menschen zusammen die uns da unter die armee greifen die uns dort jetzt helfen und wir haben quasi ein konzept ausgearbeitet wie wir für euch ein super online streaming konzert hinbekommen und eben nicht auf die qualität webcam und akustik sondern richtig mit lichteffekten mit sonstigen effekten mit guter soundqualität mit schönem schnitt mit mobilen kämpfen mit verschiedenen kamera einstellungen und ich glaube ich brauche keine von euch da draußen zu erzählen dass das natürlich jede menge investitionen erfordert und ich denke und auch das möchte ich heraus ich denke musik sollte einen wert haben ja und dieser wert wird einfach in unserer modernen welt auch in geld gemessen und deswegen wollten wir eben dieses video heute machen einfach zu sagen hey erstens mal es kommt hier was von grenzenlos es wird in kürze rausgehen ihr werdet das erfahren aber auch dass auch wir dafür etwas verlangen werden nicht weil wir damit einen haufen kohle verdienen wollen ich glaube das brauche ich auch keinem zu erzählen es geht einfach nur darum musik hat einen wert und wir haben versucht hier das beste herauszuholen was überhaupt online live streaming technisch möglich ist es gibt andere bands die machen das auch und wir haben eben mitbekommen dass auch andere schützt haben wir jetzt übertrieben aber dass die kritik dafür geerntet haben ja und dass viele nicht reflektieren und überlegen bevor sie so aussagen treffen wie es kann ja nicht sein dass man so für sowas geld verlangt und das ein online streaming konzert nichts kosten darf es ist mal fakt es gibt leute die arbeiten da dahinter es gibt die kameramänner es gibt die tonmischer es gibt die 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 ganzen sachen schneiden und auch die müssen von irgendwas leben deswegen freunde wollten wir euch hier und heute einfach mitteilen erstens auch grenzenlos wird das jetzt in naher zukunft machen es wird nicht mehr lange dauern ihr werdet das erfahren und punkt zwei auch wir werden dafür etwas nehmen ja und wir hoffen dass jeder dafür verständnis hat dass musik auch seinen wert haben muss denn ihr müsst euch vorstellen auch in die studie produktion kostet geld und trotzdem ist natürlich jeder gern bereit hier eine cd zu kaufen und ich denke das sollte auch ganz normal sein und kunst darf nicht zum kostenlosen universal objekt verfallen wo sich immer und jederzeit ja als kostenlos darstellt und wir sind einfach der meinung eben noch mal musik hat den wert und deswegen wollen wir euch auch die qualität liefern die ihr verdient und in diesem sinne ich wünsche euch noch einen schönen tag mittag oder abend je nachdem man ihr das video anguckt und bis dahin wir haben dann bald news für euch macht es gut servus